auf geht's der feind mit b1 wo bekriegt wo ich kenne die web nicht ist unfair ich schon dabei kennen sie dich in herrschaft das ist ein problem mit anderen worten ich weiß nicht wo die spot sind wenn es jetzt schon wieder verkehrt rum durch schießt mal kurz doch nicht ja schießt doch auf mich du aus schluch alter was legt er denn er legt ja übel etwas kacke die map ist so kacke ja natürlich also nämlich am einen punkt extrem kämpfen können und das sind ein pc wo er kam neue map erstmal standard ich kann doch schritte könnte sein aber du fuhr lang weiter ziel gehört uns ja okay erholt sich erst mal vielfach ich habe jetzt erstmal trüppel gewinnt jawohl ja ich habe allerdings noch ohne aktiv und oder ich bin ja so ein depp feindlicher jäger die schnee die schnäger jäger nein scheiß ich wollte ich noch einen jump was wie wurde ich sehen muss nicht das mal alter er ist auch clever also die peitschen ja gar nichts alter schmeißt die brandbombe direkt über ist das ein cleveres kind wie soll ich jetzt die scheiße einnehmen alter ich kann jetzt nicht ich träume weiter alter Alter! Ach, jetzt haben sie mich verdammt nein und er kommt von da halt davon wo er eigentlich kam vertrauen niemals teammates alter ich hab ja vorräte was willst du von mir wenn du nichts von mir willst du auf die tür zu so wie viel fehlen denn jetzt noch ja, ich hab doch gerade auf Tarnung was? das hat den gerade ich hab doch wie viele Abschlüsse? 13 hatte ich gerade mal aber aufklärungsflugzeug und kacke 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 ich bin so allein scheiße welchen mapper waren jetzt uss texas uss texas ach du kacke ja of course nehmen wir mal die gleich mal ein bisschen denn ich will b einnehmen aber ich trau mich nicht und ich kriege hin nicht so schlecht da kam die net mann du lappen kind ach kommen wenn du schießt ob die mercedes da mich beim runterspringen gekriegt los sowohl die merle latten am ständen ernst die haben unseren sport wie bekloppt gerade ich kann jetzt nicht wirklich permanent durch alter ohne witz ich bin bei c ja ich auch die sind permanent am raschen wir machen die nicht ist ja ekelig alter ja wo kommt er denn hier auf einmal die sitze von oder schneider die ganze zeit permanent durchgängig was andere machen die gar nicht so hat man aber nicht dann sucht man nicht er hat mehr entfernung mit der dinge alter es gibt es erst mal es gibt es erst mal auf dem sack eine runde ja auf jeden fall ja du bist doch so ein kacklappen alter hier frisst granate da ohne sitzt du kommst du locker da lang sag ich doch und trotzdem kann man so dreckig gammeln alter ohne witz alter ich treffe ich treffe ich treffe nicht okay ich hatte jungen ist ja egal auch mit schrot auch mit schrotten sport wechsel bist du da ist bohnen ja und dort ist einer hinter mir und da unten bei euch war auch ja es mir schon mal gesagt ich sehe ich mir passen weil ich schon mal gesagt wie selk esmin hasse das scheiße hat man nicht mal einen plan von wo die kommen hier gar keinen plan ich schaffe nur bei charlie rum oder ich nicht ja meine kugel kommen einfach nicht bis dahinten was ist das kann ich sein das ding ist auch hart alter die ost die jetzt in sich gut ich würde sagen wir erst runter verloren noch etwas anderes ich habe ein 4 13 ja da kommt er mit der schroth schon mehr wird natürlich feuerinnen jawohl du sparten alter zeigt ein bisschen die schnauze voll überraschung er kriegt mich insta ich bin ein rubbel los ich bin ein rubbel los ja ich bin ein kleines süßes rubbel los auch mal ein spornwechsel ich spielber hat das langeweil ein bisschen mg scheiße nach game pistole man so weit kommt doch keiner mit einer pistole pey kartoffel hört man ja gar nicht das ist eklig oder gerade die permanent am sport russian sind leider richtig widerlich das ist richtig widerlich das ist richtig widerlich da und dann nicht mal die fahne einleitern weil er nicht weiß wie das spiel funktioniert ich bin kommt sie kopf hoch gehabt ich doch schon gesehen richtig kleiner ekler basta denn halt nicht ich habe das schroth gehört ich auch ich weiß ob das irgendwo ist da drin ja du bist da so entmaten was ist denn los mit euch alter kenne ich mal 50 köpfe braucht das schöne ist das schlechte sagen was man so bei den zuleiten die mich abschließen angerechnet recht naja die wände hier angerechnet doch recht ja das sind scheiß das mg alter noch kommt hoch kommt hoch kommt hoch jetzt habe ich zu kleiner roden leider ach kommen der von tuten und blasen keine ahnung weiter was ihr macht ohne witz das ist kein kollektiv was ihr gespielt ihr spielt hier irgendwas alter hat keine ahnung was was schimmelt ihr bei sich am sporn rum ich fasse es nicht bist du hast du alle drei habe ich mir gerade alle drei gegönnt damit dann geht also die hat bei der vorne waren also der letzte vielleicht ja man hat ein dreier oder leider nicht aber doch klar stimmt waren dreier einfach nur schön der war richtig lustig haben einfach mal alle drecks nicht die hätten noch fast gewonnen aber auch nur fast fast das komische ding jetzt an 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 warte mal ich komme wieder nö also Servus macht's schön meine ferne die noch weggeschossen akku ist so voll da 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 so nico muss kurz warten ja nico muss kurz warten ja nico muss jetzt noch kurz essen bestehen essen bestehen schrot sogar keine pizza essen und da ist fertig goldtarnung goldtarnung ja mann pasta hätte ich jetzt voll bock jawoll moin ach komm ich hab doch wegen inaktivität ach man schrot man ich habe das schrote hört granate noch eine granate wo denn dann will ich a ich will a gebt mir a ihr spaß ja nicht nicht granate schmeißen ein nehmen pizza pizza und amort ich fresse aber gern diese crazy eckpizza ohja dies fett hoden ach komm ich ist diesmal hey der quert hier irgendwo schon wieder hier war doch eine wenn du neben darf zu kämpfen boden doch schmeiße doch guck mal der granate juhu da muss ich bezogen was teils nicht wissen ich mache immer das gegenteil von dem was ihr sagt mit mir die entscheidung besser aber was esse ich esse ich späne oder spagetti 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 ist nachher komme ich ja spagetti na los jetzt steht 68 zu 57 wow wow ach komm ist das ne pussi nein man ach komm ich musste nachladen was soll der scheiß so für brokkoli zu war schon zum wahren kopf 7 8 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 9 9 8 9 9 9 9 10 12 9 10 12 13 euro 17 hast du einen gutschenkotten habe ich gott nicht oder noch zu mir hervor wie mir im wald jetzt haben steht in der klinge das wird man ich bin mir dann fertig geschrieben ich finde 13 euro 17 30 30 minuten sehr sehr schön ich habe irgendwie geld gekriegt dafür so jetzt musst du das riecht bock auf nudeln es musst du die pene gönn alter und spagett skin dadurch dass ich nur bei word of pizza bestelle bei wo kann ich hier ecke also nein livestream ihr müsst euch die daten nicht merken die aufklärung sucht nach ziel ja ja feindliche vorräte entdeckt unterwindet den nachschub er hört alles aber auch wirklich alles so dresch mit müssen frisse ja moin der befehle schaffen sie zehn assist noch nicht mal ein zehn volltreffer schon die drei volltreffer und zwei welches 25 mehr spieler spiele habe ich bei 12 und 25 wir sind bei 160 zu 133 ich habe die hälfte geschafft erreicht 250 abschüsse von 500 schrot alter ich auch schrot wie ich sie hasse wir können sie doch ich bin ich mit dabei mit den headshots von einer waffe hier bei der typ 100 ich weiß das gar nicht man da kann mir noch eine 68 von 500 weiter schwede träumen weiter er er 27 32 what the heck what the heck alter schwelle ah Keine Verbindung? Willst du mich rollen? Wo ist denn der liebe Trick? Hier! Ende? Bist du den Beitreten? Geh mal raus, das Lobby wickst du. Ja, ich bin noch im Ding. Im Ding da. Hier, neben dem anderen. Geh mal raus, sagst du? Ja, schlug. Was der Fuchs gern sagt. Kann ich jetzt reinkommen oder was? Ja, 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 ja. Einmal teile ich immer noch nicht. GTA 5 Rollplay. Ja, so viel GTA hab ich dann in letzter Zeit auch gezockt hab, Alter. Kumpels haben auch schon gefragt, wie du so ein Ding geht der? Ey, ihr wisst ganz genau, ich bin noch Alarm da. Ich zack mal hier, mal da, mal dies, mal jenes. Ich hab noch andere Freunde. Brauch jetzt keine Rollplay. royalbrote. Der Saradenzahn ... Sarada. Der Saradenzahn. Ist das nicht schön, die Volkssturm hier wieder aufhört. Kacki wird kotzen. warum die hatte mich vorhin angeboten mal kurz war da mal kurz war da mal kurz war da mal kurz live stream wir sind gleich wieder da